Starships will men to fly Can't tap and touch the sky Can't stop, cause we're so hard So, da sind wir auch schon wieder zurück Timer starten Und wir waren hier dabei, das Dach so schick zu bauen Und das werden wir auch gleich weitermachen Failen wir aber gleich wieder Na, schade, hätte ich gern bekommen So, genau so Auf der anderen Seite einfach so So, das passt schon mal Hier kommt dann auch noch Einer hin Und dann kommt hier der nächste Holzblock hin So sieht's aus Und dann auch gleich durch bis hier Oder? Machen wir das bis hier, wie haben wir es da gemacht? Doch, auch Dann werden wir einfach mal das hier Ein bisschen durchziehen Bis hinter Dann könnte man auch fast schon sagen, dass man hier oben Ein Glasdach hinbekommt Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei Das würde genau reichen mit dem Glas Ja, da haben wir ja noch Viel übrig Und Leute, wir haben das Dach geschafft Fertig zu bauen Ich glaub's ja immer noch nicht Aber es ist wahr Dann werden wir mal unseren Schönen Turm hier erstmal abbauen Unser fast kaputten Schaufel Die jetzt kaputt geht Es leckt ein wenig Aber das ist mir gerade egal Von unten sieht man jetzt nicht so viel Aber wir haben ja hier die geile Tür Boah, geiler Geiler Schrank Und dann werden wir auch gleich mal ein bisschen Oh Ein fail Ein bisschen Weißen abfarmen Hier Ein was ist schon wieder gewachsen Kein Zeppling Schade eigentlich Oh, hier So, werden wir mal hochgehen Und unser Lager einrichten Ja, das ist schick Das ist schick Das find ich wirklich sehr schön Hier liegt noch ne Treppe Dann wird sie mich hier und hier Truhen hin machen können Und ich stell mir erstmal Auf jeder Seite erstmal Zwei Crafting-Bänke hin Was erstmal nur für einer reicht Was mir aber erstmal auch mal reicht Weil wir brauchen Truhen ohne Ende Ja, wenn ich aber sowas mache hier Haben wir erstmal Acht Truhen Oder haben wir erstmal zehn Truhen Ganz genau Haben wir hier noch irgendwo ein Naja, gut Ich werde die Truhen erstmal alle verbraten Gucken, wo wir sie hinstellen werden So, hier kommen zwei hin Da genauso Und Wo werden wir die nächsten Truhen hinstellen Und hier und dann da noch eine Werden wir erstmal machen Hier oben Oh, falsche Taste Hier machen wir mal die ganzen Farming-Sachen rein Hier Sowas alles Dann können wir Hier ja auch Holzsachen reinmachen Allgemein Dazu zählt normales Holz Und alle anderen Holzsorten Wovon wir jetzt nicht so viel haben Das ist es nämlich So, dazu zählt ja auch sowas hier So Dann können wir da auch gleich Hallo Darf ich da auch rein? Ach ja, die kann ich ja gar nicht aufmachen Weil da oben ja Genau Was mache ich denn da? Die kann ich jetzt nicht aufmachen Das ist jetzt ein bisschen scheiße Dann mache ich mal das erstmal Änder ich alles noch Machen wir genau Da erstmal unser Glas rein Und Sand Dann machen wir hier dasselbe So Hier können wir ja auch Eisenbarren Spitzhacken und alles reinmachen Oh, hier ist noch ein Schild Und auch So eine andere Sachen Zum Beispiel Wolle kann hier auch rein Wo soll ich die denn reinmachen? Kohle kann hier auch rein Ein Stein Dafür nehme ich noch eine andere Kiste Da muss ich dann nochmal ran Von außen Aber erstmal brauche ich natürlich Holz Und Holz hatte ich Habe ich mir das gemerkt? Ja Oh ja, das mag ich Oh genau, 64 Werden wir erstmal noch ein paar Truhen machen hier Nee Aus einem Stack Kann man sich also Genau acht Truhen machen So, dann wählen wir das auch nochmal Hier so Oh doch Die können wir aufmachen Das lassen wir dann auch mal so Und dann haben wir noch zwei Truhen übrig Die kommen natürlich in die Holzkiste Genau, der Eimer Der kann auch Wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe Hier oben Genau Ja, muss ich mich alles noch ein bisschen Reinfinden Ihr wisst schon Ich kann hier ja Stein und Erde rein Hier kommt Stein rein Und da kommt jetzt erstmal Erde rein Wo halte ich Bauming Das Bauming jetzt hatte ich hier unten Und die Zaplings hier alle rein Wenn ich mir das erstmal anordnen hier Ich hab jetzt noch nichts bei Klar So, und schon ist mein Inventar leer Und wir haben ein ganz schickes Lager Was wir alles noch optimieren werden Mit Öfen und allem Da gehen wir erstmal jetzt von außen ran An unsere Wir müssen uns wieder eine Schaufel bauen Er fragt sich bloß, wie wir jetzt hochkommen, ne? War jetzt auch schlau gemacht Ich geh jetzt einfach mal hin Ähm Ja, okay Holen wir uns ein bisschen Erde Und ich glaub, dann können wir Schaffen wir es auch Na Erde war Hier Dann reißen wir das jetzt auch gleich mal mit ab hier Bis wir da erstmal auch hochkommen So, was machen wir denn da? Wenn ich da jetzt Sagen wir mal Boah Alter, das war jetzt mal richtig knapp Das hat grad geleckt Deswegen hab ich So einen kleinen Fell gehabt Wenn ich jetzt, jetzt, hier Jetzt, jetzt, jetzt Einfach mal hier Boah, Mann Hallo, genau Wenn ich jetzt, 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 jetzt Hier Oh Ich glaub das jetzt Jetzt kurz nicht Wenn ich jetzt, jetzt, hier So mache Und jetzt einfach mal hier Kann ich die echt nicht mehr öffnen Und das ist ja krass Ne, aber Lust Das Dach auf einen höher zu versetzen Habe ich jetzt auch nicht mehr Alter So rum Glück gehabt, dass ich da noch Erde hatte Hm, wie machen wir das denn jetzt am besten? Entweder wir reißen die Truhe ab Dass wir die da jetzt nicht hinbauen können Ich mein, das wär ja auch doof, ne? Ich baue das jetzt einfach mal wieder zu Geh von außen nochmal rein Was? Ey, cool, das verbindet sich ja Alter, wovor platziere ich die denn? Jetzt habe ich, jetzt habe ich keinen mehr Wir haben jetzt eine kleine Treppe hier gebaut Hallo Achso, da komme ich ja nicht hoch Ich bin der Sch Shell Ich bin der